Wie heißen Sie? Ich heiße Natalie. Was können Sie besonders gut? Ich kann gucken, was ich denke, denn Fotos machen sehr gut. Was können Sie nicht besonders gut? Ich kann nicht singen oder tanzen sehr gut. Was machen Sie gern, wenn Sie Freizeit haben? Ich gehe gern auf Partys, vor Musik und besuche meine Freundschaft. Gibt es etwas, was Sie nicht gern machen? Ich mag es nicht zu Hause. Wie bereiten Sie sich auf die Formen vor? Ich muss Notizen machen, meine Bücher studieren und umgutschaffen. Was sollen Sie heute Abend machen? Ich gucke Abend und Ufer. Beschreiben Sie, was Sie jeden Tag machen müssen.